Das Schulranzenfest ist im Prinzip eine Informations- und Kausveranstaltung. Das heißt, wir haben hier im Autohaus diverse Schulranzen zur Probe, die jedes Kind ausprobieren kann. Und wir haben professionelle Beratungen von der AOK hier und von der Firma Papierenstift. Die werden den Kindern die Schulranzen aufsetzen und dann gemeinsam mit den Eltern gucken, ist das der richtige Schulranzen für mein Kind, hat er die richtige Traglast oder muss ich vielleicht auch einen kleineren nehmen etc. Also im Prinzip eine Rundum-Beratung auch, damit das Kind eigentlich gesund bleibt und nicht zu viel trägt einfach auch. Hallo liebe Kinder, liebe Eltern und Großeltern als Sponsoren. Nicht vergessen, besucht uns auf dem Schulranzenfest Neubolmsdorf. Im Autohaus Sichi, Hauptstraße 27 in 216 29 Neubolmsdorf. Seien Sie dabei! Auf jeden Fall, es lohnt sich! Boer! Boer! Ballen 1 Ab Hoppann – Boer! Boer! Ma.